Dupdududu 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 Jontel auf dem Kanal, also Nerva auf Live, ich bin der DigiHate und es geht weiter bei Vaktorio mit dem Dings mit dem, äh, äh äh, äh ja, genau. Damit geht's weiter, hier, hier, hier war's. Oh, die ganzen Sachen sind weg, oh, die sind gerade irgendwie alle verschwunden Das ist ja doof Was hatte ich denn hier drin? Ich glaub da hab ich irgendwie, äh so Kupfer, was ich was ich übrig hatte hab ich da reingeschmissen Na So Genau, ähm, und jetzt Also ich hab auf der Seite Ich fang am besten hier mal an Ich kann ja jetzt hier, ähm ein paar Öfen bauen Ach guck mal, Lichtbögenöfen Da brauch ich, da brauch ich halt elektrische, äh, Teile für Also ich finde, das ist es wert Ich hab da irgendwo welche, ne? Mach ich doch da unten, ne Verdammt War das da oben? Es könnte sein, dass ich ein bisschen öfter ein bisschen durcheinander komme Weil ich das eine oder andere habe tatsächlich schon produziert Aber halt nicht in diesem Spiel Sondern in einem, äh, wo ich halt auch mal ein bisschen so für mich hinddaddel Nö, Mist Diese roten Dinger zu, äh, produzieren ist auch nicht so einfach Kunststoff Ja, Kunststoff habe ich aber schon, oder? Dabda, dabda, dabda Dabda, dabda Nee Nee Nee, Kunststoff habe ich noch nicht Das ist ja schade Na gut, dann stellen wir einfach nochmal ganz Blöde Ordinäre Aber leicht verbesserte Öfen hin Da sind sie Beziehungsweise sollen sie Äh Diese hier So, wie viel fehlen mir denn? Zwei Stück? So, wollen wir mal gucken So 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 Hm Sieht so aus, als hätte ich das so gemacht Und Und Okay Achso, und diese Spur, die ist, ähm Für die fertigen Da muss ich mal gucken So Ja Sieht so aus, ja Sieht gut aus Und Der hier nimmt die langen Äh, äh, Quatsch Die langen nehmen halt auf So, und hier ist es dann andersrum Wir packen die langen weg und die kurzen nehmen auf Ist auch schön, man sieht hier wunderbar Dass das Band komplett verkehrt rum läuft Das wäre viel besser, wenn das Band halt Andersrum laufen würde Weil ich habe hier total viel Reserve so, aber Die nützt mir ja gar nichts Na egal, für spätere Zeiten So, dann hier Holt er sich noch die Kohle rein Und Und dann braucht das Ganze noch ein bisschen Strom Und Das Ganze will hier noch ein bisschen getunnelt werden Komisch Komisch Hä? Irgendwas stimmt da nicht Das machen wir nochmal einfach Hä? Hä? Wieso kommt da jetzt nichts raus? Was? Oh Mann ey Nope Doch Doch jetzt war es richtig So Und Natürlich konnte da nichts raus, weil hier fehlt ein Band So Da kommt's Da brennt's So ist richtig Und Äh Äh Ich wollte noch irgendwie hier Ähm So was zum reparieren haben Was zum reparieren Und den halt auch nochmal so auf Vorderwand so Schön schön Das klappt ja hier wieder alles wie geschmiert Na ok So hab ich das geregelt Obwohl Brauch ich da ja jetzt irgendwie auch nicht großartig da irgendwelche fetten Schaltungen zu bauen So jetzt das Ding bauen wir jetzt mal ans Netz Achso dann nehmen wir mal vielleicht erstmal eine von den ganz großen Haben wir natürlich keine Kann ich natürlich wieder zurückrennen Rennen wir mit dem Auto Bauen wir die da Mal gucken was ich Kopferplatten Ich hab einfach zuviel Kopferplatten am Stock Wo kann ich die hinpacken Ah das müssen jetzt auch nicht alle sein Oh Und Kohle Ich hab auch unheimlich viel Kohle irgendwie Ich muss die Kohle nochmal vielleicht irgendwo hinpacken Das kann ruhig alles sein So dann haben wir ein bisschen Platz haben wir Dann fahren wir mal wieder zurück Ah Scheiße alter Oh man Dann wollen wir mal kommen Ja also Bei mir sollte so schnell keiner einsteigen Ich hoffe das ist jetzt hier klar geworden Ich mach das jetzt andersrum Ich mach jetzt einfach die hier fertig Mist Hm Na geh doch weg Gehen sie Wie Ne wieso hab ich denn jetzt hier nix Oh Das gibt's hier gar nicht Wieso hab ich denn da jetzt nix Das find ich jetzt auch ein bisschen blöd Hab ich denn das gemacht Halt ich da irgendwie zwei stehen Ich bin mir jetzt da nicht so sicher Ich dachte ich hätte da einen in der Mitte stehen Ich verstehe Achso Oh man der Kerl der kann auch gar nichts So ähm Das sieht schon viel besser aus Ne Aber es ist doch Es ist doch kacke Wenn ich jetzt hier einen hinstelle Ich meine das geht aber Das hab ich nicht so gemacht Wie hab ich denn das gemacht Hier tatsächlich mal ein bisschen ausprobieren jetzt Ich weiß es nämlich nicht mehr so ganz genau Ich weiß dass ich davon einstehen hätte Hm Keine Ahnung wie das jetzt war Also irgendwas hab ich hier komplett verkehrt gemacht Oh Gott Ah es wird hell Die ersten Akkulmatoren laufen an Das sieht gut aus Also ich muss da irgendwie Ich komm mir jetzt irgendwie nicht so vor Aber ich muss irgendwie Hier welche hingesetzt haben Sonst geht das einfach nicht Sonst geht das einfach nicht Hm So Hm Das ist als wenn man irgendwie Fleisch in die Pfanne schmeißt ne Fängt an zu brutzeln Und irgendwie Freut mich das Das muss irgendwie das primitive Ding in mir sein Brutzeln das Fleisch macht mich irgendwie glücklich So wollen wir mal gucken Da ist ähm Falsch Da kommt auch noch so So Ja das sieht ja schon ganz nett aus Aber den einen habe ich ein bisschen Ne doch nicht Ne alles gut Ich dachte ich hätte die Solarzellen ein bisschen zu dicht ran gebaut Aufeinander dass man da nicht zu zwischen gehen kann Aber ne ist alles gut So Kompletto 2,2 Watt Verbrauchen die Dinger die produzieren 2,2 Watt Also die äh Akkommunatoren Verbrauchen genauso viel wie produziert wird Das ist nicht verkehrt Jetzt muss ich das nur noch ins Leitungsnetz bringen Ein bisschen näher ran so Bitte das gerne so ein bisschen auf einer Linie haben Deswegen Ach verdammt Wenn ich den jetzt irgendwie da weg rücke Äh Den bestimmt nicht Äh Nein Was macht er denn da Ja Ja aber na klar Wenn ich jetzt irgendwie den da so weg rücke dann Habe ich da keine Verbindung mehr Das heißt das sieht jetzt richtig scheiße aus Gut Was sagt denn das Stromnetz Die Dampfmaschinen Produzieren 1,4 Watt und die Solarzellen produzieren 2,2 Megawatt Also ich könnte jetzt theoretisch die äh Dampfmaschinen einfach kalt stellen Weil die Solarzellen scheinen äh genug Strom zu produzieren Warte mal aber das ist mir irgendwie nicht ne Das ergibt für mich keinen Sinn warte mal Ich werde mal irgendwie die Stromversorgung jetzt hier kappen Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an 2,5 Watt Ja 2,2,4 2,5 Watt Da sieht man schon irgendwie da im Fallen Verbrauch Wir brauchen doppelt zu viel Doppelt zu viel So Latzellen brauchen wir hier Damit wir hier äh erstmal Ruhe haben Und dann ist das ja auch nur der Wow Ähm Erster Aufbau Weil Wir werden wahrscheinlich das noch erweitern müssen Dann kommt auch die eine oder andere Maschine dazu So ich werde da jetzt mal nicht reinfahren Ich nehme jetzt hier einfach mal die Solarzellen Na das war ja jetzt nicht so viel Was soll denn das? Elektronischer Schallkreis Was? Packt er sofort da rein? Was fehlt denn dann? Fehlt da überhaupt irgendwas? Weil das fand ich jetzt ein bisschen wenig Fünfzehn? Fünfzehn? Hier kommt nicht so viel Kupfer an Mehr Kupfer braucht das Land Da ist genug Kupfer Ja Aber Ja Da bauen wir dann wohl nochmal ein paar Öfen dazu Oder was? Der Hier der Der obere der produziert gar nichts Bei dem kommt gar kein Kupfer an Was heißt ich brauche mehr Kupfer Minen? So So Vielleicht kann ich noch ein paar produzieren Acht Stück Kann ich schaden Wer hätte gedacht dass ich mal Kupfer Minen brauche Oh Gott jetzt mal erst noch die Zahnräder fällig Oh Gott jetzt mal erst noch die Zahnräder fällig Uh Was ist denn jetzt sein Problem hier? Hä? Oh nö Sind ich denn ernst? Wieso ist denn das hier verdreht? Oh nein Oh nein Ich hab viel mehr als Kupfer am Start Aber Ich trottel Habt erstmal irgendwie das falsch rumgestellt Muss ja von Anfang an so gewesen sein So Jetzt kommt ein bisschen mehr Kupfer dabei rum Jetzt wird auch der zweite Ofen jetzt mal aktiv werden Ja Aber Ich habe das Gefühl Dass mir das persönlich das noch nicht reicht Allerdings kann ich auch erstmal auf der anderen Seite hier Das auch nochmal updaten Ähm Ich müsste allerdings noch Ich dachte ich hab noch welche Ich habe mich gehört Ich kann mich einfach so da rüber bauen Und dann äh Ja dann haut der halt schon ganz schön was weg ne Aber mich nervt das Das ist irgendwie dass die hier alle so voll sind So 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 Äh Äh Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt Jetzt sehe ich nicht ein warum ich Das jetzt noch weiter ausbauen sollte Weil Ja warum nicht Weil ähm Ähm Ich brauche nicht die ganze Zeit Solarzellen Also ich baue jetzt irgendwie diesen Park aus und dann bin ich ja sowieso durch damit ne Dann kann ich lieber die Zeit nutzen um vielleicht was anderes zu machen Wie zum Beispiel langsam auch mal ein bisschen in Richtung der Schienen und der Züge zu gucken Wollen wir mal schauen Wo hatten wir denn ähm diese großen Ressourcen Wir sind ja irgendwie hier mit dem Auto lang geheizt Oh mal gucken hier Das ist Kupfer Und da ist ein riesen Eisenfeld ne Das müssen wir aber erst auch mal ordentlich befestigen Das steht immer fest Dorn ist auch mit Eisen Ist auch irgendwie ziemlich in der Nähe von den Mistviechers Ich weiß gar nicht wie sieht denn das überhaupt aus mit dem Eisen Ach das habe ich da oben her Da geht ja jetzt auch nicht mehr ganz so viel ne Da habe ich auch schon die Hälfte abgebaut Also ich muss echt sagen seit dem letzten Update Ja jetzt im letzten Update Also es kam da halt ein Update raus und seitdem Wird hier echt ordentlich was weggeputzt mit dem mit den Ressourcen Wenn ich jetzt irgendwie das so bau dann kriegt er ja gar nichts rein ne Damit es Ja jetzt Wenn ich jetzt irgendwie das so bau dann kriegt er ja gar nichts rein ne Nö So wo kriege ich den Strom her So wo kriege ich den Strom her Der hat einfach nur mehr Platz aber mehr Reichweite Oh der hat auch mehr Reichweite So Ich denke mal das sind auch die letzten Züge für den Teil hier Hä Hä Wieso kann der da nichts hin bauen Ach fuck Ja das sind die letzten Züge für den Teil Und dann äh Wer ich den mal beenden und dann im nächsten Augenblick dann Den neuen anfangen Ja Und ja ich wünsche dir noch einen schönen Dienstag Und vielleicht Willst du ja auch ein bisschen Faktorio spielen und das auszuprobieren Ich kann sagen das Lot sich schon Wenn man so ein bisschen auf Basteln steht und so ist das genau das Richtige Ich glaube der ist mal anders hier Ich weiß noch nicht so ganz wie Wie Ja also für mich Also wie man sieht Ich glaube das kann Der eine oder andere wirklich sehr gut ermessen Für mich ist es genau das Richtige hier Ein bisschen hier so rum basteln und automatisieren Und das finde ich schon ziemlich cool Hm So eine Scheiße Was für ein blödes Spiel Das habe ich irgendwie total falsch gemacht jetzt hier Aber ich werde ja nicht allzu sehr bestraft dafür Ich lass die einfach noch so eine kleine Flussrunde machen hier Hä Hä Das ist jetzt aber ein bisschen seltsam Ja Verstanden Hä So Jawoll Das sieht doch hübsch aus Ja das war es dann auch zur Dienstags Folge von Faktorio Wünsche dir noch einen schönen Dienstag Und wir sehen uns dann Ja auch bei der nächsten Folge Tschüss Tschüss Das ist das Das ist das Schaden Wünsche Das ist das